so hallo und herzlich willkommen zurück zu alien isolation das letzte mal sind wir aus der krisen stabilisierung entkommen und jetzt müssen wir das medkit suchen mit unserem guten alten freund mr alien also viel spaß beim zusehen und mir viel glück beim überleben ok so alles voll ok wir müssen ein bisschen basteln zuerst damit ich ein bisschen was gegen das alien habe oder gegen sonstige fahren wundervoll so so blendgranate können wir machen mit menschen zu töten ok sie können die blendgranate auch als falle einsetzen mir gefällt sie überhaupt nicht blöde medkit suche also der lüftung schacht geschlossen hier könnte es aber runterkommen ist ein bisschen kacke würde ich sagen da müssen wir wohl hier ein elektro schocker ich muss das kühlsystem aktivieren meinen fehler mein fehler ok ich muss erst diese dinge hier rein tun und hier fehlt natürlich eins großartig oder da rein müssen wir glaube ich unser guter alter freund ist auch in der nähe auch in der nähe ok sieht gut aus sieht gut aus hier ist es ja tot 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 ok ich will mich das sind alle drin was muss ich jetzt machen kann ich jetzt hier rein ja ja jetzt kann ich hier ein okay das verstehe ich es ist hier drinnen neuverkabelung okay wartung und leichenhalle vielleicht kann ich hier den lüftungsschacht öffnen es gefällt mir zwar nicht aber in ihrem büro sollten sie herausfinden können wo hier alles gelagert wird der safe zur sicherheit optimal gehen wir weiter oh gott es ist kacki hier drinnen das ist gar überaus kacke würde ich sagen ok wir müssen da runter ok wo sind wir hier im aufenthaltsraum wie es aussieht kacke karte haben wir so gut wie nichts aber einen alien haben wir ok so beginnt das such-und-versteckspiel alles clear bis jetzt was waren das kacke kacke ich muss da rüber irgendwie ich höre eine speicherstation glaube ich alles sauber noch ok ok es ist nicht mehr sauber da drüben ist es ja oh oh shit oh shit oh shit so wiedersehen ah da drüben ist glaube ich die speicherstation wenn ich es richtig sehe dann gehen wir mal schnell durch ok ok spin die mittel molotow cocktail geil safen schnell erledigt ein bisschen leiser zu machen will ich glaube nicht schaden da drüben ist unser guter alter freund oh 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 Oh. 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 Ok, wir müssen es riskieren, wir müssen es riskieren. 25.05. Einer von ihnen hat mir mitgeteilt, dass sie Marshall Waits bezüglich eines, wie soll ich sagen, interessanten Fundes angerufen haben. Ich will dabei sein, keine Widerrede. Ich meine, wie viel Weiß Waits weiß ich über sie? Nicht so viel wie ihr alter Freund hier. Und ich könnte wetten, dass er eher weniger Verständnis für Schwarzmarkt Sanitätsartikel hat. Bis bald dann, Doc. Samia, ich bin schon unterwegs. Ok. Ok. Wir haben die Schlüsselkarte jetzt. Es ist da drüben. Ah, shit. Es war ein bisschen gefährlich, darüber zu gehen. Ok. Wir warten hier ein bisschen, würde ich sagen. Ich gehe gleich weiter. Aber erst gleich. Ich glaube ich. Eineine Micke. Kannst du dich nicht? Oh ich hab's dabei. Ah!" Oh ich hab's dabei. Und dann bin ich. Oh ich hab's dabei gelacht. Oh ich hab's dabei. Es weiss glaube ich, dass ich hier bin. Ich glaube es weiss, dass ich hier bin. Ne, es ist dumm wie scheisse noch. Okay, das ist das letzte mal. Ich gehe gleich. Jetzt gehe ich weiter. Ich muss das. Scheisse. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Scheisse. Scheisse. Nein. Und wir sind in Sicherheit. Ich bin leider gestorben. Wo ist es jetzt? Das ist das blöde Ding. Ich bin fei. Okay, wir haben jetzt einen Molotow. Der Spar- Oh, fuck, fuck, oh god, oh god, this is it, sorry, uh oh, nein, 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 oh Schrott, oh god, hallo, ich hoffe er hat es nicht gehört, hallo, Was war das? Was war das? Oh kacke. Was denn ohne? Ich dachte direkt jemanden. Schwer ist doch schwerer als gedacht, das muss ich zugeben. Das muss ich zugeben. Ich geh nochmal ein bisschen hier rein schnell, denn es ist in der Nähe. Ich komm wieder weg. Okay, es ist unsere Chance jetzt. Um fast zu sterben. Aber nur fast. Es muss noch da sein. Ich komm nie weg. Nicht lebendig. Nicht lebendig zumindest. Hallo? Es antwortet. Da ist es. Es nähert sich. Da kommt es. Ich kann es sehen. Mit seinen bösen Händen und seinem langen Kopf. Ich höre Leute reden. Ich hoffe das Alien kümmert sich um sie. Ich lege mich hier rein, bauen Molotow nochmal. Unsere. Oh es jagt. Es jagt diesem Lande. Das ist meine Chance. Hier ist alles im Eimer. Oh oh. Ja es ist alles im Eimer. Das ganz sicher. Okay. Ganz vorsichtig. Gibt es hier irgendwo eine Safe? Okay. Wir suchen hier mal weiter einfach. Wir haben keine Wahl. Safe Station oder nicht. Wir müssen weiter. Wir haben keine Wahl. Kacke. Operationsszahl. Okay da drüben. Toll. Na toll. Komm schon jagt die anderen Leute. Bitte. Oh oh. Ja ich seh. Nee. 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 Oh nein. Oh nein. Auf. 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 Oh nein. Warum. So dumm. So ne Kacke hier. Ich komm hier nie raus. Nie. Wir gehen voll durch jetzt. Schnee! Okay. Okay. Bitte geh schon weg von mir. Ich habe hier nichts. Für dich. Okay. Ich habe hier nichts. Ich habe hier nichts. Ich habe hier nichts. Ich habe hier nichts. Nein, oh. Ich habe hier nichts. Oh nein. Nein. So schwer. So verdammt kack schwer. Hier ist alles im Eimer, Sanjus. Ich habe keine Ahnung wo ich gerade bin, keine Ahnung. Oh, das ist Patient Null und ein Med-Kit. Ich schaffe das irgendwie. Das sind Leute, okay. Jetzt muss ich dahin kommen. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Neee. 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 Was für rekt. Scheiße, nein. Neee. Neee. Wieso nur? Wieso? Ich brauche einen Flammenwerfer. Ich brauche Sie, ich brauche einen Flammenwerfer. Ich brauche Sie, ich brauche die Flammenwerfer. Da war es. Das war's woher. Komm schon, ich schaffe es diesmal. Das sind Leute. Zum Glück bin ich nicht allein. Samuels, ich habe die Medikamente. Wir sind an der Transitstation beim Empfang der Krankenstation. Rippy, wir haben Schüsse gehört. Und wenn wir die gehört haben, dann hat die Kreatur das auch. Kacke. Geh weiter, drüben sind Leute. Oh, gut, ganz gut. Oh, kacke. Okay. Oh, oh. Bitte, die Savestation ist so nah. Bitte. Komm schon, der Lüftung ist genau über dir. Genau über dir. Geh schon drauf. Oder geh weiter. Ja. Nein. Okay. Wo bist du? Da ist es ja. Oh oh. Oh oh. Bitte. Bitte. Oh, diesmal habe ich es geschafft. Oh, diesmal habe ich es geschafft. Oh, das Ding geht nicht weg. Ich glaube es nicht. Endlich aber auch. Dreh was zu hier. Okay. Ich glaube wir beenden hier die Episode. Denn ich gehe gleich wieder drauf. Und ich versuche ein nächstes Mal zu entkommen. Von diesem bekackten Ort hier. Und zwar lebendig. Also. Bis zum nächsten Mal. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ich weiß nicht. Ich früh habe ihn nicht mehr. tennis hin. Wie ihr Pregeln pedestal.